Der Bauhof hat heute früh die letzten Züge vom Faschingszug abgearbeitet und sauber gemacht, mit dem Schreiner zusammen die Hütten abgebaut und die WC-Anlagen zurückgebaut, weil da waren wir am Wochenende tatkräftig unterwegs. Unser Bauhof hat insgesamt über 50 Mitarbeiter und ich bin für 32 Mitarbeiter vom Bauhof zuständig und unsere Kernaufgaben sind den Unterhalt, die ganzen Straßen und Wege im sicheren Zustand zu halten.